Das Tür war jetzt nicht so aus, sowas nicht so aus. Die Rechten sind plötzlich weg. Beim Alten war das sonst immer nur so dann. Dann sind die dann auch rumgelaufen. Hier war ja sehr viel, vielleicht ist hier immer noch was. Das sieht mir aber nicht so aus. Hä? Ich hab mich nur im Kreis gedreht. Ja, dann halt. Ja. Irgendwann entrüten wir das noch. Vielleicht ist noch was im Safe? Kann man nicht mal. Was ist denn hier hinten zum Beispiel? Oder hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier und hier. Ja. Schau dir wo. Was? Oh, stimmt ja, hier sind wir... Nothing to care. Ganz viele, ne? Ist da noch ne Tür? Oh nee, es ist alles nicht rot. Hier gibt's keinen... So. Hä? Rot heißt, man ist da drin! Scheiße, dann heißt das... Man kann das hier diesmal nicht sehen. Wissen wir nicht. Wissen wir erst, wenn wir irgendwo was finden, auch wenn's blau ist. Ey, haben wir doch. I got a question. Right? Give it to me. Wo bin ich und wohin muss ich? Du musst jetzt nach links, oder? Äh... Du kommst ja von rechts. Ist hinter den Zombies noch ne Tür, wo ich noch nicht war? Also ich komm ja da raus. Ja, dann warst du da noch nicht, da kommst du noch hin. Ja, das ist hinter den Zombies. Nein. Musst du dann den vorbeikommen, oder sie töten. Aber töten würde ich nie sagen. Aber obwohl vorbeikommst du auch nicht. Es geht nicht. Du musst dich ja irgendwo... Alter! Guck mal, Crowd. Du musst schnell machen. Johannesbrot, mach schneller! Wir kann kriegen, ja. Nein, du musst sie kombinen. Kombinein? Nein. Ey, vor allem, wir können gar nichts anderes jetzt mehr finden. Finden. Ja echt, wenn wir jetzt nen Schlüssel kriegen. Ja. Wir müssen... Wir müssen ja dreimal. Das ist alles kompliziert. Probe auch nochmal die Kiste. Weiß keiner. September 28th Night Shift. George Scott. Ah, interessant. George hat also... Nachtschicht. Oh mein Gott. Also der Rückweg wird geil, weil dieser engen... Rückweg. Bei diesem enger Flur. Ey, das ist voll überfordernd, das Spiel. Nö. Egal was da jetzt kommt, ich töte alles. Das schreibe ich mir drüber auf. Hä? Hilfe! Ein Stift in der Hand oder ein Stift. Umgefallen. Egal was da jetzt kommt, ich werde es tötern. Hm? Das schreibe ich mir drüber auf. Töte. 2. 1. 2. Es kommt nichts aus. Ich muss wieder durchstreichen. Ne, dein Satz zählt ja trotzdem. Huch. Was sind da für komische Kirchen in der Hand? Hilfe! 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 Jetzt lock jetzt! Ein Diamantschlüssel. Okay. Rotes Kraut! Können wir nicht nehmen, ist auch egal. Scheiße, es können wir ja nur mal kombinen. Kacka. Es ging hier voll umsonst lang, wenn wir nichts nehmen können. Awesome! Ja, ich weiß. Ah, schon wieder was zum Lesen. Ah, schon wieder... Journalist's note. As I write this, my hands shake with both anger and fear. The civilians of the town have been blockaded by the military. And though I sigh for the survivors of the town, I still feel that it's the best decision. They cannot take the chance of the disease spreading any further. I am going to make it my top priority to discover what has caused this incredibly dangerous incident. So far, I have only found out that the disease is not airborne. Das habe ich mir nicht verstanden. Ja, ein Journalist will herausfinden, woher das kommt und es ist nicht über die Luft übertragen. Yeah, Small Key! Das sind diese... Das sind diese... Ja, genau, wie die alten. Aber... Wozu brauche ich das? Nothing special on the show. Was geil wäre, wenn wir jetzt hier so durchs Fenster kommen. Ach, nee, das ist andersrum. The Magic Mirror. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch so... Hä? Das ist wirklich so! Guck mal, man sieht was am Regal. Fantasy. Was gegenüber ist. Heftig, ne? Voll Fantasy Sachen einfach eingeborene. Ey, du hättest sagen, es ist ein Spiegel, ein Spiegel an der Wand. Gott, ey. Wer ist der hesslichste Zombie-Gerzenland? Und dann sagt der du und dann bist du voll sauer. Dann schießt du auf den Zombie und er sagt so, aua, aua! You can't carry more items. Hä? Was ist er wegen dem Schluss? What the frick? Ist das ein Dingsbum zum Spencer-Raum? Locket. Ein Club ist etched under the keyhole. Was heißt das? Hä? Ist doch was anderes. Irgendwie war das doch eben kein Club. Ein ganzer Club... Da feiert ein Club in dem Schlüsselloch. Party. Das ist so blöd. Ohhhh! Ohhhhh! Zambé! 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 Eeee! 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 Ja, jetzt geht es nur noch zu den... roten Monster Vieh. Guck mal, sie sieht mich gar nicht. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ouh! Eeeee! Er ist vielleicht getäusch? Aua! 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 Du weißt nicht mit Sachen! Aua! Darf die schon weh! Aua! Eeee! Eui! Eeee! Huörrch! Ich hab dir nichts getäaan. Aaaaah! Du dich nur fressen! Das ist das ist ein Scheiße? Jetzt können wir schon wieder nichts zünden. Wieso бы um... Schrotdingen-sen,sen,sen,sen? I don't think so. Aber dafür kannst du das rote Graut nehmen. Alla, er kann voll Kanackschi-Klauna. Oh, da kannst du gar nicht, ne? Kannst du auch das Graut nehmen? Oh! Das wird mir voll mitleiden mit dem Zummi. Gott, ich sterbe gleich! Ja aber das haben mich vielleicht auch darmagedärten. Der ist schon tot. Oh Mann, das betont seine elegante Bescheidenheit. Kann der mal sterben? Ich glaube, er ist tot. Ey, dann kann ich jetzt hier das... Nein! Alter, wie schnell ich reagiert hab, ne? Alter, sofort... Ich bin doch mal grau. Ich hab mir sofort seinen Kopf zertrümmert. Da steht fast der Johannesbote. Entschuldigung. Kannst du auch die beiden nehmen. Eigentlich würde ich am liebsten das kombinieren. Du nimmst die beiden und kombinest das mit den roten. Kann schon. Meto. Süß. Mix it. So. Jetzt kannst du aber speichern. Ja. Back to the roots. Ich meinte schon. Hier ist irgendwie volle Grafik. Sehr komisch aus. Ich hab mich selbst entsetzt. Entsetzt. Ach ja, jetzt kommt dir der geile Rückweg. Oh, Scheiße. I can't believe this is really happening. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Jetzt bin ich tot. Oh, man. Dann hast du nicht mehr genug Kraut für ihn. Ja, stein. Das ist irgendwie... Vor allem wenn man jetzt speichert. Ach, wir können jetzt ja auch mehrere speicherstellen. Mhm. Ja. Das ist gut, weil... Ja, wenn wir jetzt speichern und dann haben wir nichts mehr für den und dann können wir überhaupt nicht mehr weiter gehen. Was soll ich jetzt machen? Speichern und dann mich heilen und das versuchen? Oder heilen und dann speichern? Erst speichern und dann... Oder kannst du es immer noch anders machen? Denkst du das ja unbequem. Ja, darum hab ich ihn ja nicht. Leona. Leona. Warum heißt die? Weil er Leon Alkowitsch heißt. Nicht zu verwechseln mit Malkowitsch. So, die werde ich jetzt... Die ist eine filmische Hommage. Das werde ich jetzt usen. Fein. Daran sieht man, dass das voll verbessert. Nur ein grünes mit einem roten macht mich voll hell. Hervorragend. Ja. Alter, wie ich laufe, ey. Wie ich laufe, ey. Nein, 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 nein. Ich mach ihn jetzt so platt. Vielleicht soll man den auch noch gar nicht töten, ne? Alter, wie er stürmt, ey. Ja, was willst du sonst machen? Ja, so ein Stürmer. Hä? Was willst du sonst machen? Ich schieß jetzt einfach sofort auf ihn rauf. Ich mein, ich hab ne Schroffinder. Sollte hier ein bisschen stoppen, ne? Ach, jetzt kommt er erstmal hier hin. Ach, jetzt können wir auch was in die, äh, in die Dings tun. Ey, wir wussten das jetzt gerade, ohne dass wir es wussten. Hä, das ist ja voll gute Johannisbrot. Den Schlüssel zum Beispiel. Und das, das Farbband. Können wir auch da rein tun. Aber mehr nicht, weil ich das Messer brauche ich ja. Ach, ja. Irgendwann brauchst du es nicht mehr wahrscheinlich. So wie Fluchab. Ey, weißt du was jetzt passiert? Nein. Ah, Hilfe, was war das? Guck mal, jetzt bin ich eigentlich viel schneller. Aber weil es so lange dauert, bis er die Tür aufmacht, ist nur bei Angst. Ja, das haben wir ja alle so Krankheiten da in Red Bull City. Kann das nicht besser sein. Die Tür aufmacht, Krankheit. Guck mal, hörst du das? Hä? Hörst du, das ist nur bei mir? Ja. Ich höre hier so ein... So ein Tropfen? Das war jetzt mal auch schon, ja. Tropft das da? Das ist erst wenn man nah dran ist, sieht man woher das kommt. Guck jetzt. Ne. Ist das dein Gehirn da oben? Das ist echt ekel. Ey, sieht ein bisschen aus... Oh mein... Du? Ne, der Böse von Spider-Man. Ja. Ist der Venom? Ja. Töte ihn! Er bewegt sich nicht. Hä? Was ist denn für ein Gnastik-Üfer? Oh! 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 Das war's? Alter, wir sind so gut. So gut, dass wir dafür nochmal gespeichert haben, ne? Ein... Bleibleigen. Schlechtigkeit. Ein Spade. Hier ist ein Spade. Ja genau, das war's. Beim anderen war's ein Club. Alter, dafür haben wir gespeichert. Ich glaub's nicht. Jetzt müssen wir viel machen, bevor wir wieder speichern. Ja... Naja... Letztes Mal hatten wir, ich weiß nicht wie viel über, aber das ist auch gut so. Ja... Lieber so als andersrum. Das hat meine Mutter auch schon immer gesagt. Ja, sonst bist du nämlich wirklich dumm. Warum wurde der Gegner so vorgestellt? Ja, weil er neu war. Kein normaler Zombie. Sondern hässlich wie die Nacht. Wir finden die Nacht gar nicht so hässlich. Hä? Das kann ich bestimmt kaputt machen. Weil das so aussah, als würde man das machen können. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it like a Polaroid picture. Dann geht das noch kaputt, weil einer rauskommt. Auf allem gehen wir jetzt weiter oder in diese Tür? Mal erstmal gucken, wo das so rum ist. Both Questions... Okay, wir gehen durch die Tür. Nooooooo! Wir gehen durch die Tür? Ja. Nein, ich lebe ihn nicht. Das ist dein Entscheiner, das Brot du bist hier der Gamer. Ebert. Ebert. Guck mal, jetzt ist das Ding in mir nichts. Operation Report. Operation Report September 6. The Raccoon Police Department was unexpectedly attacked by Zombies. Many have been injured, even more were killed. During the attack, our communications equipment was destroyed and we no longer have contact with the outside. We have decided to carry out an operation with the intent of rescuing any possible survivors as well as to prevent these disasters from spreading beyond Raccoon City. The details of the operation are as follows. Security of Arm Ammunition Chief Irons has voiced concern regarding the issue of terrorism due to a series of recent unresolved incidents. On the very day before the zombies attack, he made the decision to relocate all weapons to scattered intervals throughout the building as a temporary measure to prevent their possible seizure. Unfortunately, this decision has made it extremely difficult for us to locate all ammunition cages. It has become our top priority to recover these scattered munitions. To unlock the weapon storage. As started earlier, it will be extremely difficult to secure all the ammunition. However, a considerable supply still remains in the underground weapon storage. Unfortunately, the person in charge of the card key used to access the weapon storage is missing. And we have been unable to locate the key. One of the breakers went down during the battle and the electronic locks are not functioning in a certain area. Functioning. It has become a top priority to restore the power in the power room and secure those legs. Recorder David Ford. Locks. Operation Report September 27th. 1 PM. The west barricade has been broken through and another exchange ensued. We sheltered the injured in the confiscation room on the first floor temporarily. Twelve more people were injured in the battle. Recorder David Ford. Additional Reports. Three additional people were killed following the sudden appearance of an as of yet unknown creature. This creature is identified by missing patches of skin and razor-like claws. However, its most distinguishing characteristic is its lands-like tongue. Capable of piercing a human torso in an instant. Their numbers as well as their location remains unknown. We have tentatively named this creature the Licker and are currently in the process of developing countermeasures to deal with this new threat. Also, this monster heißt anscheinend Lecker. Lecker. We call it Slurp. We call it Slurp-Fanclub. We call it Slurp-Fanclub. We call it Slurp-Fanclub. Achja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dir füge. Und da stand da noch alles, dass überall Munition verteilt ist. Ja, und dass die an den Hauptlager von Munition nicht rankommen, weil die die Karte verbobbelt haben. Ne, der Typ, der die Karte hat, ist missing. Ich weiß gar nicht mehr. 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 Vielen Dank.